Was wäre die Adventsdeko ohne einen Nussknacker? Mit diesem handbemalten Exemplar im Erzgebirgestil holen Sie sich ein Prachtstück für die Winter- und Weihnachtszeit ins Haus. Der stattliche König mit weißem Rauschebart trägt standesgemäß Krone, Zepter und eine Paradeuniform mit goldenen Knöpfen. Natürlich hat der Nussknacker auch einen beweglichen Knackhebel, der allerdings nur dekorative Zwecke erfüllt. Dieser Klassiker wird auch Ihre Weihnachtsdekoration bereichern. Bestellen Sie gleich heute dieses majestätische Exemplar und genießen Sie so den Winter.